Sie sind Bauunternehmer und wollen mehr Ertrag ohne großen Aufwand? Dann ist Massenclaim genau richtig für Sie. Denn mit Massenclaim erledigen Sie die Ausgleichsberechnung nach § 2 VOB Teil B in wenigen Minuten. Geben Sie einfach Ihre Zuschläge für die allgemeinen Geschäftskosten, Baustellengemeinkosten sowie Wagnis und Gewinn ein. Unter Eingabe Soll-Istmengen geben Sie einfach die Positionsnummern, Sollmassen, Istmassen und die Einheitspreise ein. Händisch oder einfach in das Programm hineinkopieren, ganz wie Sie es wollen. Geben Sie unter Eingabe Nachträge die Nachtragsnummer und die Angebotssumme ein. Anschließend klicken Sie nur noch auf Ergebnis und schon erhalten Sie Ihre Mehr- und Mindermengenausgleichsberechnung. Ihnen aus dem Vertrag zustehende Gemeinkosten und durch Mehrmengen und Nachträge erwirtschaftete Gemeinkosten werden Ihnen sofort angezeigt. Darüber hinaus sehen Sie sofort, welcher Mehrertrag Ihnen gesichert zusteht. Sie haben die Wahl zwischen neun verschiedenen Auswertungsmodellen, die Sie als Abrechnungsgutachten auf Knopfdruck ausdrucken können. Hören Sie auf, Geld zu verschenken und machen Sie Ihre Ausgleichsberechnung. Erhalten Sie per Knopfdruck ein komplettes Abrechnungsgutachten von mindestens einer Seite pro eingegebener Position. Professionell und prüffähig. Massenclaim Mehr Ertrag mit geringstem Aufwand Auf Knopfdruck Ausgleichsberechnung-leichtgemacht.de